Ich habe hier einen Auftrag. Da haben wir hier einen S-Coupé. Auf der rechten Seite noch ein S-Coupé. Aber der bekommt ein neues Lenkrad. Und zwar, bevor ich euch das aber zeige, zeige ich euch mal das alte Lenkrad. So sieht es aus. Abgenutzte Alcantara, abgenutztes Leder, vor Facelift. Sieht richtig hässlich aus. Der bekommt auf jeden Fall ein neues Lenkrad. Das neue Lenkrad sieht so aus. Schau mal. Mit Monitor Carbon. Perforiertes Leder. Komplett in Schwarz, Hochglanz. Das wird richtig krass aussehen. Auf dem hier. Leute, auf die Frage von einigen Kunden, ob wir hier überhaupt ein Airbag-Zertifikat haben. Kommt mal mit. Auf Krampf versuche ich jetzt mal, euch mein Zertifikat zu zeigen. Und mein IZEPS unter anderem auch. Sachkundeauswahl, Haka Lastball. Habt ihr gesehen? Das ist mein Zertifikat, Anzeige. Oh, komm. Ciao. Freunde, aber bevor wir euch das Endergebnis zeigen, machen wir einen ganz kurzen Soundcheck. Gehen wir nach hinten? Duh, 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 Bis zum nächsten Mal.